Herzlich willkommen beim Zweikampfsofa und Neverwinter und eine Woche doppelt Währung von den vergangenen Kampagnen. Einfach Quests in den vergangenen Kampagnen abgreifen und doppelt Kampagnen Währung kriegen. Danach kann man sich in den Kampagnen Shops dann richtig tot kaufen. Und wenn ihr noch Wartelisten lauft oder halt Gewölbe und Gefechte, dann wird die Anzahl der erhaltenen Siegel einfach verdoppelt. Ob es das Siegel des Abenteurers, Siegel des Tapferen, Siegel der Krone, Siegel der Tiefe oder Siegel der Gefallenen ist, einfach dann zum Siegelhändler gehen, eintauschen und sich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.